Olly Moors ist im Überlebensmodus. Der Sänger durfte vor fünf Monaten seine erste Tochter mit Frau Amelia begrüßen. Doch jetzt kämpft er mit den Nebenwirkungen schlafloser Nächte. Im Interview mit The Sun gesteht er, es gibt eine gewisse Erschöpfung. Dass er nicht mehr ganz klar denken kann, wird schnell deutlich. Wenn es eine olympische Sportart gibt, in der ich Champion bin, dann ist es Schwimmen, sagt er und korrigiert sich sofort. Oh Gott, schlafen. Ich meine schlafen. Den Grund für seine Verwirrung erklärt er direkt. Siehst du, das ist das Babyhirn. Ich stand kürzlich auf der Bühne und warf das Mikro einfach auf die Bühne. Trotz der Anstrengung schwärmt er über seine Tochter. Mardi ist das perfekte Baby. Sie ist großartig. Im April verkündete Olly die Geburt seiner Tochter mit einem süßen Instagram-Schnappschuss. Auf dem Bild trägt er eine Babyschale und zeigt sich und seine Liebste beim Verlassen des Krankenhauses. Er schrieb dazu, unser Minimurs ist da. Madison, wir lieben dich jetzt schon sehr. Nur wenige Stunden nach der Geburt reiste Olly schon wieder ab, um seine Tour mit Take That fortzusetzen.